Ganz lange haben die Frauen nicht einmal ein eigenes Bankkonto gehabt, also das hat sich ja alles verbessert. Aber die war immer sehr umstritten oder ist immer noch sehr umstritten, weil das halt immer so ist. Dort, wo Frauen kämpfen, da gibt es halt auch immer viel Streit und viel Auseinandersetzung. Weil die einen sagen, ja, das ist super und die anderen sagen, nein, das ist nicht super. Aber die haben schon viel erreicht, diese Frauen, also für uns Frauen. Weil früher war es ja noch so, dass die Frauen haben ja die Männerfrauen müssen, ob sie arbeiten gehen dürfen. Und das, bei den Na ja genau, breiten sehr Lichtspiele Kinogesprächen. Hier in diesem Kino und auf Okto. Auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020